Der Tötet sie, also es muss, da macht es der Lukas, nur der Lukas halt, aber es müssen noch mindestens zwei große Rüst bleiben, ja, weil der Lukas kriegt halt auch die EP. Und wir brauchen das Leder, das ist das Wichtigste dran. Damit wir unseren Encharted-Cable fertig kriegen, wenn drastisch, ist es wie nur schwarze Kühe. Okay, ich glaube, jetzt 3, 3. Ah, du bist der nächste. Wie viel Leder hast du? Ich finde das Fleisch gleich auch noch. Lose haben wir das Leder wieder ein. Schmeiß einfach ganz her und renn weg. 13 Leder. Sorry, ich wollte eigentlich nur wechseln müssen und erst die Taste gekommen. Oh, ich weiß was, was ich machen muss, meine Berufung. Meine Berufung. Hey cool, wir haben gar keinen Dings mehr. Oder sind noch irgendwo seit, nicht oder? Oder ist die Sicht gelandet von mir, ist der Fall. Gerne, ey. Aber ich hab's überlebt. Mit 2 HP. Ja, das hatten wir überhaupt schon gemacht. My Everyone on PS. Alter, wie die Musik halt hier so irgendwie so... Keine Ahnung was ist, aber irgendwie nicht das, was es sein sollte. Strap wird jetzt viel besser reinpassen, das ist so schön ruhig. Du bist doch auch der Meinung, gell? Also das Zorro würde ich jetzt hier nicht rein klatschen. Aber das Strap ist doch schön ruhig. Vor allem die die Texte. Ja, das ist nicht so die Kategorie ruhige Musik. Bin ich schon, dazu schlaf ich immer ein. Also das er nicht gehört hat, weil es früher nur linke Partner hat. So, ich würd sagen, wir machen ein Ende Gelände. Warte kurz. Nee, nee, nee. Gleich. Wo ist das Holz so? Alter, was sag mal. So, das hätte ich gar nicht. Ich hab mich geändert gefragt. Ich hab mich geändert gefragt. Ich hab mich geändert. Irgendwer müsste noch Fischer vermehren gehen. Deine Zeit muss blöd von der Kiste rumfliegen. Ich könnte auch sehr die ganze Zeit im Kreis fahren. Du könnt dabei klicken. 8 schau über die kiste lukas mit doppelt wird es dann nicht machen das ist rotes auch wir brauchen vielleicht noch ein oder zwei solcher teile 1 2 noch Level 28 können wir entschauen was für Level 5 entschauen das will ich aber nicht tun wieso wieso das sagt ah jetzt habe ich auch diese Feuergrafik-Bugs gerade gehabt das kommt von den Fackeln hatte ich auch vorhin hast du zwei Holz dabei ach ich muss stell dir vor jetzt aufhören Handgelenk fickt mich grad wieder wollen wir nochmal vom Toaster springen und dann Ende machen ich würde jetzt am liebsten eigentlich schnell meine 30 Level losgehen das war doch ein Schaden er hat erst noch na er ist noch weg schlägt er mich da du hast es so gewollt nein aber nicht töten Mann nein stopp 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 das will ich nicht halt stopp das ist mein Körper halt stopp das bleibt alles so wie ich es ist nein glaubst du es tätig auf meinen Arsch um zu positionieren Nein bleib da ich muss deinen Arsch anschauen HV ha boah was ... boah du maßler Jetzt lass es aber, Mann. Ich sterb gleich. Warte. Warte, ich muss das von außen sehen. Für, dass ich die Endrustfunktion ausmacht hab. Du hast mich geschlagen! Ich hab überhaupt jemanden geschlagen. Ja, nein. Nein. Warte, echt nicht. Ich wusste, dass da sie war, ich wollte nicht losgehen. Außerdem, ich schlag nur mit der Faust, du kommst schon mal mit deinem fetten Schwert daher. Ich dachte, wenn ich so ein Zettel hab. Ja, wenn du aus dem Glück gehst du ins Gesicht schleudern. Alter! Was stimmt denn? Mann! Komm, Kino! Was weg! Jetzt sofort! Ich hab die Kühe schon Liebe gemacht. Komm, jetzt ernten wir noch schnell alles zusammen. Ja, dir fällt die ganze Zeit wieder was eigentlich nie, wenn du jetzt hin kannst, oder? Ähm, ne. Ja, nicht schon. Fitter! Nö, noch mal Kühe füttern! Ne, Kühe haben wir schon gefüttert. Da hinten. In einer Stunde kann man Kühe die ganze Nacht füttern. Ja, stimmt. Alter, zwei, dreiviertel Stunden mal geschossen. Boah! Kann man eigentlich... Ja, schieß du auch da auf mich, das ist doch der Scheo Gorat. Ich schieße auf die Kartoffeln, weil ich dachte, dass du es vielleicht die abmacht, aber... ...tut nicht. ...schossen hast. Dann wissenschaftliches Experiment, Alter, lass den Scheiß hier, fände ich mal. Wir sind nur noch Kabel, dann haben wir alles. Das ist äußerst unhöflich von mir. Ja. Ich hätte lieber ein Steak ins Gesicht. Okay, 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 okay. Dann bringen wir es in den Toaster. Das Feld ist fertig. Hasi kommt zurückgerannt und dann können wir es auf Pause ausmachen. Nein, das ist doch ein Toaster. Ich kann alles zusammen und das will ich filmen. Nein, dann schaue ich erst noch vor. Ob die Tür gefüttert wird. Und dann springt der Hasen, dann spring ich, dann habe ich euch alle drauf. Alter, wie ich so voll die komische sonstwas Musik im Hintergrund hab. Ich dachte, du fliebst runter. Nimm das Ding weg. Häh, gehst du, es gefällt dir, ich gib's dir. Nimm's in die Hand. So nah, ja. K Şeyda, schau mal. Für dich Moreau! Ich bin, ich bin, gleich Competitor. Hjusay gleich letsない. das ist nur für mich verlegt und rechts nur zwei, weil es alles kaputt geht mach schnell wir werden langsam irgendwie komisch das wäre entsprächsamer unangenehm ja, gesprächsamer was ist dein Problem jetzt müssen wir springen und nicht filmen jetzt müssen wir springen und nicht filmen wir springen zusammen es war neben dir vorbei gesprungen ok oh mit der Schaufwege wir zwei springen zuerst und das füllen mich von oben aus und dann springe ich hinterher spring 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 ich darf nicht ich darf nicht dann war das auch ganz unten das ist schön, weil ich bin da oben jetzt müsst ihr außenrum schwimmen, um wieder reinzukommen ich hab das Wasser nicht getroffen muss ich nachhelfen warte, warte, ich verbring das mal wirklich mit erst wenn du tot bist erst wenn du tot bist bei Herzen, bei Herzen, dort bei Herzen, dort bei Herzen, dort ich brauch dein komisches Ding ich brauch deine Braumhausrüstung nicht ich brauch deine Braumhausrüstung nicht ach stopp, ich hab noch dein Schwert, warte mal ich brauch deine Braumhausrüstung nicht leg bitte alles fernsäuberlich in den Haufen ich bin ja so höflich und gebe ihm sein Zeug wieder sogar seine EP ähm ja also ich hab jetzt genau meine Vox aber sonst nicht ich klatsche dir ich klatsche dir ich hör auf zu fausten ich bin der Mr. Fister fausten zu fissen ja ich bin verdeutscht es tut mir leid ich fiste dich gerade alter mach was dagegen mach was dagegen es ist ein ein erstes Männergespräch ach fisch dich ja ok ich werde eh grad wieder nacht dann müssen wir wieder aus der Wuschel bis uns die Monster beten ich springe als erstes und filmen euch dann von unten ok ok ihr könnt springen Achtung es kommt hier ha 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 spring ah f*** dich also ich geh doch mal ins Wachler oder hey schau euch mal an ich bin schon gestrungen der Kopf dreht sich der Rest nicht warte ich mag seht ich mag seht ich mag seht ich mag seht ich hab grad meine Maus mach nochmal mach mal auf Millionen gestellt das schaust man mich an spring runter hä warte ist das war nicht warte maler Mann nicht es kommt hierher ich schwimmen zum Eingeschäft kann Bock mehr auf den Schiff Mausentwitzlichkeit Prozent Alter, komm mit! Ich werde ihn nicht zurücklassen! Wir müssen hier so das Ding, glaube ich, mal hinmachen, komm, schön, Tofter! Schwer mal, ne, perfekt! Ja, klar, bitte! Alter, da haben wir drei Stunden aufgenommen heute, wo sie gekranken sind, so die Suchtis alter! Alter, Alter! Kommt, drei Stunden schaffen auch! Theoretisch hier! Da haben wir halt dazwischen, aber bis da ganz rüber schwimmen, gell? Noch ein Stück! Noch ein Stück! Ich weiß nicht, wieso ich nicht springen wollte! Noch ein Stück! Da kommst du nicht hoch! Sonst komm du jetzt hin! Nein, seien, du hast eine Achse oder so was dabei! Äh, ne, ne... Hacke oder so was! Irgendwann eine Pickaxe dabei! Ich hab zwei Schwerter dabei! Genau so gleiche Situation! Das wird sehr gut! Das heißt, wenn meine ersten beiden Schwerter weg sind, muss ich immer noch töten können! Das sind nicht möglich! Nein, also weiß ich, das ist nicht so ein Arschloch! Das sind wirklich! Was ist nicht damit zu tun! Was ist nicht damit zu tun?! Das ist ein Arschloch! Herr Tapp! Das ist ein Arschloch! Herr Tapp! Jo Leute, das war's noch mal wieder für den Dachbalken da. Jo, will ich auch sagen, Lukas stinkt der will nach Magie. Das sind nur die letzten Worte. Alter, ich steh mal nicht in dir, wenn ich... Was soll das jetzt? Du bist schon? Ihr hättet ab der Gelegenheit gefasst. Und raus aus meinem Bett. Ich bin jetzt meine Welt. Ist das ein Schaden an dir? Wenn die Killen ist... Endhaft, ich sterbe nicht mehr. Nicht verstecken. Ich werde niemals wieder mit 2 werden. Ich hab sie wieder. Sieh! Alter, komm, mach auf. Okay, ich schmeiß noch ein bestelltes Zeug raus, was ich hier angesammelt. Ja, also sehen, sehen, sehen. Da hinten bei mir in der Ecke, da plackt noch ein Gefühl was bei, auf mein Bett drauf. Kann ich nicht einsam, ist nicht von mir. Dann gehen wir ja, der Panel kommt und dann mach auf. Ich schläg' gerade übel, ich kann nichts ankommen. Ich bin Pansorn gegangen. Bestes Tempo Slame bei Johannes 189631. Ja, es tut viel. Betten killen ist geil. Andere Länder, andere Chirten, gell? Jo, dann zieht man sich bei der nächsten Aufnahme. Ey, ich hab ja schon ein Schuh im Endeffekt. Ich ziehe ihn wieder. Ich glaube, ich hab dann zieht man sich ein bisschen Zeug von dir vor. Zum Beispiel. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Das. 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 Und das. Und das. Und das. Das. Das war alles. Ich schau mir grad Lukas in Großaufnahme an. Ah, D! Wow, nein, nein. Okay, Jo. Das war's jetzt. Jo. Das war's. Das war's.